Gute Freunde zu einer neuen Folge hier bei Twin Mirror am schönen Campingplatz hier und wir werden jetzt mal schauen was hier Tolles passiert. Oh da steht die Anna und redet mit wem auch immer. Es scheint wohl Lunette zu sein, gehe ich mal stark davon aus. Lunette, ne unbekannte Frau. Oh, das ist Sam. Er ist ein Freund. Wir hatten einen Bekannten. Das ist sehr schwer. Ist das? Ja, das ist. Ich bin Lunette, was du hier für Sam? Wir suchen Dickie. Ja, Anna hat mir gesagt. Sie wird nicht helfen uns zu finden. Ich bin nicht die Leute in den Welt. Und du, Sam, bist du ein Welt. Du hast noch nie Probleme mit ihr. Das ist meine Lande. Alle die, die verloren haben, sind willkommen. Sie sind willkommen zu ihm. Sobald sie ein paar einfachen Regeln. Selbst wenn Dickie live auf der Fringe unserer Gemeinde ist, er ist einer von uns. Alles, was er will, ist zu bleiben. Ich denke, dass du, von allen Leuten, wirst du verstehen. Ich lerne den Artikel, die Anna geschrieben hat über dich und diesen Ort. Warte, hast du ihn? Wann? Nick's Fischung Shack. Oh. Was hat dich gemacht, um diese Gemeinde zu entwickeln? Ich finde, dass es Menschen in need of Hilfe braucht, nachdem die Mine geöffnet wurde. Der Welt ist ein grosses Ort. Wir alle brauchen ein Touch of Kindheit in unseren Leben. Du bist definitiv das, Lunette. Dankeschön, mein Lieber. Aber... Don't sell yourself short. Deine Artikel brachte Kayla hier. Und sogar ein paar generous Donations haben kommen. Du hast deine Antwort, Sam? Welches Donations? Food und Clothes, meistens. Aber die Arbeit sind schwer zu kommen, diese Tage. Wir müssen auf die Kindheit von anderen. Selbst wenn ihre Kindheit kommt und geht in der Welt. Ich gehe jetzt. Dankeschön, dass du mich verletzt hast. So Dickie lebt hier, aber sein Ort sollte sich von den anderen isoliert werden. Ich brauche mehr Info, um herauszufinden, wo Dickie ist. Der, wo ist denn der Dickie? Yo, Dickie, Allah. Komm schon mal her, Dickie. Alter, der kann hier nicht runterhüpfen? Alter, was ein Game? Ich... Das ist zu hoch. Ich habe Höhenangst. Ich will mich doch nur umschauen. Och komm, du scheiß Game, ey. Ich kriege schon wieder Anfälle hier. Mann. Mögliches Versteck. Geheim, Mann. Herr Hey, Tyler! Ja, nein? Ja, das ist ein Mann. Ja, das ist ein Mann. Wir wissen, was ihr Tyler? Ja, nein. Na, nicht so schön. sie normalerweise hängt mit. Vielleicht bist du nicht der Typ sie normalerweise hängt mit. Du hast das gedacht? Trust mir, ich habe. Wie bist du in einem Ort wie dieser Ort? Kein von deinem Beste. Just sag mir, wo Dickie ist und ich werde. Either das oder du kommst du, wenn ich dein Gesicht verbrechen. Look, Anna ist eine Freundin. Sie hat ein paar Zeit hier mit uns gemacht, um das Interview zu machen. Ich habe meine Geschichte, hat mich gut gemacht. Und das Mann, der nach ihr kam, Nick, ist solid. Er kam hier drei oder viermalen. Er hat mir eine gute Recipe für die Bass. Aber du? Du bist ein Asshole. Dickie ist einer von uns. Ich glaube, du bist nicht zu weit von seinem Trager. So beat es, bevor ich deine Needs verbrechen. Nein! Jetzt wird's brenzlig. Die Pullerei ist hinter uns her. Sie möchten mit uns sprechen. Juhu! Unbekannter Mann. Ich war. F***ing auf alle Leben. Das ist ein realer Talent. Former Miner. Get the f*** out of my face! What happens if I don't? Ich schatter dein f***ing F***. You keep bothering me, and I'm gonna stop being nice. Die sind alle so gewolltätig, gell? Sollen die's? Ich mein's ja nur gut. Immer diese Gewalttätigkeit hier. Freunde, Freunde, Freunde. So geht das nicht. So, möglichstes Versteck. Da sind Bärchen. Oh Gott, wer ist das denn? Oh Gott. Watch it. The place is full of wood shavings. Why do you have an open flame? I don't remember asking for your opinion. Fair enough. I'm Kayla. What do you want? I'm looking for a guy named Dickie. I don't know where he is and don't care. He might be off with his stupid quad bike thing for all I know. Quad bike thing? Loud. Goes off road. Has four wheels. Makes you look like an asshole. Occasionally leaks gasoline and would have burned down the whole camp. Tyler didn't save his sorry ass with his fire extinguisher. Well, I'll see you around. I don't feel like you have to. Dickie must have one of those off road quads. It could still be here right now. I know enough to make an educated guess. Dickie's gotta be in one of these places. Ja, meine Güte. Sind die alle freundlich? Mann! Da hat man doch... Dickie ist da drin. Ja, das können wir ja noch nicht... Wann willst du mich verarschen? Woher soll ich denn wissen, ob der da drin ist oder sonst wo, wenn ich dieses scheiß Quad Ding da nicht sehe? Das weiß ich doch nicht. Was ist das, wenn ich mich hier... Kann ich mich hier überhaupt falsch entscheiden? Oder ist es hier... Mach ich einfach, ob ich Bock hab. Und mit denen brauche ich ja nicht quatschen. Kann es ja nur da oben sein. Und ich sehe es einfach nicht, weil ich zu dumm bin. Da ist ein Quad, aber Dickie ist supposed to be in einem Trailer. Hä? Das ist doch... Wer weiß, das ist einfach nur ein Stamm. Ach Leute, ich bin einfach... Das geht doch nicht. Ich bin einfach blind, gill. Kann ich nichts sagen. So, dann halt da. Also... Ja und jetzt? Nochmal mit Lynette Quatsch oder wat? Lynette! Ich sehe, ihr zurück. Tyler sagt, Nick kam hier vorhin. Was wollte er? Er hat ein Interesse in meine Leute. Er wollte wissen ihre Geschichte. Wie als? Sam. Also, die lange, schade Geschichte, die meisten Leute nicht wollen. Wir alle stummeln in unsere Leben. Knowing wie wir fallen, und wie einige es machen können, kann es geben für die Zukunft. Nichts? Was über Opioiden? Kannst du nichts über das sagen? Es gibt keine Drücke hier, Samuel. Um zu bleiben, musst du gezogen bleiben. Ich gehe jetzt. Danke, dass du mich betrachtest. Natürlich. Ne Trualli! Aber was soll ich noch gucken gehen? Ja, Hütte. Ja, schön. Schön, dass es eine Hütte ist. Das habe ich auch verstanden. Da können wir auch nicht wirklich viel unternehmen. Sprechen wir mit dem Hajo hier, oder? Warte mal. Gehen wir hier rein. Jagdmesser. Ein Brief. Sehr geehrter Mr. Reynolds, ich bedauere Ihnen mitteilen zu müssen, dass West Virginia Call Inc. nach einer Reihe kostspieliger Rechtsverfahren und Bußgeldern in finanzielle Schieflage geraten ist und vor drei Tagen einen Insolvenzantrag nach § 7 gestellt hat. In Folge dessen wird Ihr derzeitiges Arbeitsverhältnis aufgelöst und das Unternehmen stellt zum Ende der Woche sämtliche Aktivitäten ein. Alle ausstehenden Löhne und Krankengeldansprüche werden ordnungsgemäß ausgezahlt. Versicherungsansprüche bleiben bis zum Monatsende gültig erlöschen. Jedoch danach mit freundlich grüßen, Morton Hendrix. Jo, gut. Äh. Ich glaube, das erklärt, wie wir hier enden. Bergarbeiterhelm. Mh. 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 Meist Überschusswaffen und Erotik. Oioioi, du kleiner Schlickl. Du. Yes. Mh. 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 Mh, mit dem noch trotzdem nochmal reden? Oh, ja, ist ja gut. Ich hab's ja verstanden. Da können wir ja nicht... Feuer! Feuer, Feuer, Feuer! Steht der mit ihrem Schlauch? Können wir trotzdem... Ja, ich bin nicht zurück. Ja, dann würde ich schon fast sagen, wieder zurück oder was, ne? Oder auch nicht. Mögliches Versteck. Weiter, weg von allen anderen. Wo soll denn hier noch was sein? Das haben wir ja schon mal als Versteck ausgeschlossen. Ja, moin, aber wo hat denn der jetzt einen Quad gesehen, Alter? Ja. Ich weiß nur was, was ich weiß, was ich nicht mag. Du kannst nicht einfach nur hierher, wenn du hierher ganz gut bist. Also, zurück die Hölle auf, oder ich werde dich schlafen. Hey, ich habe keine Probleme. Ich bin nur, sorry. Ich würde dich schlafen, aus dem Prinzip. Hey, Mann. Das ist gar nicht wert. Es ist nicht wert, es ist nicht wert. Aber wenn er nicht die Nachricht kommt, dann werde ich ihn wiederholen. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich werde nach diesen beiden, wenn ich nach Dicke reache. Ich muss sie nachdenken, nach dem Trailer. Auf der Kälte der Kälte ist der größte Ort, auf der andere Seite des Campes. Sie haben ihre Brüder auf mich. Aber ich muss noch einen Ort, um mich zu schützen. Die Kälte ist in der Mitte des Campes, für alle, um sie nicht zu erlauben. Sie sind zu nahe, um Dicke bevoren zu kommen. Das wäre mein bestes. Ich habe einen Plan. Alles, das bleibt, ist die Details aus. wheelgh Ich muss wieder kombinieren! Oh, nein. Das mag ich nicht. Ach, wie ich das erlebe. Aber es gehört nun mal zum Game dazu. Leider Gottes. So, Streichholzschachtel. Wenn ich die Pferde, die Pferde auf dem Streichholzschachtel wird die Pferde auf dem Streichholzschachtel fangen. Die Pferde. Die Pferde ist leer. Wahrscheinlich benutzt auf dem Streichholzschachtel. Sehr gut. Die Pferde sind perfekt. Es wird nicht lange Zeit für die Pferde zu erreichen. Und wenn es so ist, werden sie in Flames in eine Minute. Wir brauchen das. Die Streichholzschachtel wird mit dem Streichholzschachtel nachdem die Pferde wird. Mh, mh, mh. Mh, mh, mh. Boah, jetzt wird er auch noch hier zum... zum Fackelmännchen. Fackel hier doch keinen ab. Wenn ich Sabotage Lynettes alten Hose sabotage, dann wird sie etwas anderes finden, um das Feuer herauszufinden. Mh, mh, mh. Mh, mh. Mh, mh. Mh, mh. Mh. Mh, mh. 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 Ja, oh man, Junge, es tut mir leid, dass ich zu weit gegangen bin. Ach, halt's Maul. Wo soll denn sonst noch was sein, was ich gucken kann? Also, irgendein Hinweis fehlt ja wohl noch. Das wird der Grill wahrscheinlich sein, oder? Ist es der Grill? Nein, ist es nicht. Oh, ja, 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 da, 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 da. Picknick-Tisch, Hütte, noch ein Grill. Und hier noch, oh man, Junge, kannst du da nicht drüber steigen. Noch mehr Gas. Was sonst? Ich hab hier doch sonst nix, oder? Da haben wir alles untersucht. Soll ich dann doch nochmal komplett hier in das Hütchen reingehen? Vielleicht ist ja doch noch was drin, was wir benötigen. Schnitzerei-Werkzeug, das ist nur da für die Infos. Aber sonst sehe ich hier nix. Also sprich, wir müssen noch irgendwas finden wegen dem Schlauch, um den zu sabotieren, wenn es mich nicht alles täuscht. Aber wie? Das ist die große Preisfrage. Und wir müssen herausfinden, wohin der Schlauch verläuft, oder was? Da kann ich nicht hin. Sonst schreibt... Ne. Oh, es ist so dumm. Es regt mich ja mega auf. Muss ich dann doch mit der Lunette reden? Lunette! Nicht? Oh. Das ist so dumm. Das ist so dumm. Das ist so dumm. Das ist so dumm. Das ist wie viel magisch als wir können. Du bist Ethan's sister, richtig? Was his sister? Wie stopt du jemandem'n sister? Er versucht, jede Entscheidung in meinem Leben zu machen. Same als die resten meiner alten Familie. Though Ethan war bei weitem der größte... ...suffocating. Ich mag nicht, wie ich war, als ich mit ihm war. Ich mag uns nicht. Also, ihr zwei nicht mehr zu sprechen? Nicht wirklich. Vielleicht? Well... Last time we did, I ended up coming here. Maybe... ...was... ...his sister was harsh. You can tell him we've talked. If you gotta. It's probably time I leave you alone. You're probably right. She said this place could go up like a bunch of kindling. No other option. Das hat mir jetzt nicht wirklich weiter geholfen. Huch. For Tyler? Oh, Alter! Was soll ich denn noch für'n Hinweis, Freunde? Ich weiß es doch nicht. Ich weiß es doch nicht. Wir müssen halt wieder in unseren Gedankenpalast hineinstöbern. Aber dafür fehlen uns halt noch Hinweise. Um das richtige Szenario zu finden. Aber was für'n Hinweis brauche ich denn noch, Mann! Hi! Ja, das wissen wir ja. Ja. Oh! Oh! Ich weiß es ist halt kein Oberworld, ne? Aber... Wie behindert kann man denn sowas programmieren? Ich weiß halt echt nicht, was ich noch brauche. Das ist die Eule. Das ist so dumm, dass du dazwischen den... Oh Mann, ich krieg mich grad wieder auf! Das geht's doch nicht. Das ist so dumm. Nicht verm mag diese Gebäude, aber es ist die einzige Weg. Das ist so dumm. Und das ist so, wie es hier geht. Ich weiß es! Sie sagten, das Sepert hätte, wie ein Stückcheneskundeln. Das ist alles. Nichts service. Ich trage mich. Hi. Ich komme auf keinen grünen Zweig. Ach, ist das schlimm. Och, Mann. Was soll ich denn noch gucken? Ja, aber da muss ich doch irgendwie was... Oh, da kriege ich Anfänger. Muss ich erst irgendwas... Das Messer konnte ich doch nicht nehmen, oder? Aber jetzt bin ich jetzt doof. Nimm doch diesen scheiß Ding. Boah, Alter. Da liegt ein Messer. Das kann man nehmen, um eventuell den Schlauch zu zerschneiden. Aber nein, warum auch? Himmel und Wolken. Liegt hier irgendwas in der Hütte? Übersehe ich einfach nur irgendwas? Dass ich mehr als meine Augen aufmachen kann, kann ich halt nicht. Nöp, nöp, nöp. Jetzt wirklich? Ach jetzt, komm. Natürlich. Es ist doch nicht zu viel verlangt, weißt du, der ist doch schon die scheiß Wasserpumpe und ich komme da nicht dran oder was? Das ist doch hier echt verarscht gerade. Love ist in die Ehe. Ja, das ist nicht schwer, weil Love ist in die Ehe. Ich... Ach... Oh, lol. An den Wagen habe ich ja gar nicht gedacht. An den Wagen habe ich ja gar nicht gedacht. Ich laufe hier 13.000 mal rum her. Ach, scheiße, die Wandern. Hey, Anna, can I have a quick sidebar? I found him. Where? The goon squad won't let me near it. Lynette ist nicht mehr. They look after their own. I can get there, but I'll need your help. What exactly are you planning? I need to create a distraction to get to Dickie. Setting the bear statue outside Kayla's tent on fire would work, but it's critical I wait for Anna to act first, or I won't have enough time. Then I can use a match to ignite the splinters and get the fire started. I'll have to get out of there before Lynette and Kayla can close in on me. After that, I'll hide in the cabin. Tyler and JR will leave to put the fire out. They'll give me a window of opportunity to run to Dickies trailer unnoticed. Und schon heißt es wieder kombinieren. Ach, geh kacken. Scheiße, wo fangen wir an? Wasserschlauch sabotieren. Gut, da können wir nix machen. Hier. Äh, ich würde das schon mal fast sagen. Könnten eventuell, vorgehensweise, mhm. Ich sag jetzt einfach mal hinterm Vorhang. Sobald allein. Ein bisschen müssen wir noch, glaube ich, hier, war das doch, ne? Müssen wir auch noch irgendwas machen? So, schauen wir mal. fungus, ... ... ... Das wird es tun. Wow, direkt beim ersten Versuch. Wow, wie ich gut, Alter. 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 Jetzt heißt es, Digi zu besuchen. Digi. Ja, meine Mama ist in der Welt, Mann. Und ich habe versucht, mich zu finden, in meinem Leben zu finden. Ich habe nur eine Rede zu sprechen, aber nur eine Quote oder etwas. Ich wusste nicht, dass er so viel zusammen war. Er war uns auf die Tür. Und jetzt bin ich gut, Alter. Man, man, you don't understand, man, I can't... Stop rambling. Was hast du? His notes. About his article. About the dealing and the drugs and... Names of dealers, sellers, buyers, everything. I had to, oh, I was gonna be next. You gotta believe me. What'd you do with them? Where are they? I don't have them, man. I left the stick at the dead drop, up at make-out point. So pick it up soon, and then it's done. No proof, nothing. Who's coming for it? Tell me who's coming for it. My boss, Declan. His name is Declan. Declan? Yeah, the cop. You know him, everyone knows him. Oh, man, I'm totally fucked now. When he hears I snitched again, I'm fucking done. But how was I supposed to know Nick was gonna stir shit up? Are you saying he's involved in Nick's death? Tell me. Come on. Just let me go. Please, I already told you everything. No, just let me go, all right? I really gotta leave town before he finds me. I'm begging you, man. Let me go. Let me go. Help! Anyone! Help me! Shut up! Hey, ass-wise! Should've known. Damn firebug. I'm gonna kick this shit out of you. Sam. Sam, we have to get out of here. Shut up. Come on. Fucking coward! Someone give me my rifle! It doesn't make any sense. None of it does. Why would Declan do that? He was always a stand-up cop. Now he's a crime boss? No time to think about it. Right now, we need to get to that dead drop. Nick probably gathered enough evidence to reveal what Declan was up to. Our word against his won't cut it. That stick is the only way we'll take him down. Or maybe you could just stay out of this? Declan's trying to save his skin. If you go against him on that promontory, he'll be trapped in a corner. This isn't a game. This isn't a puzzle. And you're dealing with a man whose go-to solutions to problems has been to kill them away. Remember what you promised Joe. Anna will not be safe where you're going. You can't bring Nick back. But you can still save yourself and Anna. Breathe. Focus. Think it through. Declan's already killed two people. Sam, I know it's been a rough day, but you're freaking me out. Stop zoning out. We're just about there and I need you to help me figure out our next steps. Next steps? At a place where someone might put a bullet through your head. Nah, that's too dramatic. It'll probably be something quiet. Simple. Make it look like you killed yourself. Took too many pills. Who questioned that? You're not thinking clearly. What are you looking at? You're focused on finding the facts and not focused on the very real dangers. You need to focus on the road, not on whatever daydream you lost in. Just... just stop. You're the one that needs to stop. Sam, you're going too fast. You need to stop. Leave me alone. Sam, stop it. Sam? Sam, stop! Sam, there's a turret! Stop! Sam, stop! Stop! Stop the car! Sam, are you okay? You nearly got us killed. I need... I need a moment. Take your moment, but make it quick. We're already at the promontory. We need to find that dead job before Declan gets here. We need to talk. Yes, Sam, it's time. What's happening? Sam, I can't. Where are you going? Get back here. I'm trying, but it's not working. No! No! I'm in control of my own mind. Where are you? Can you hear me? Can you even hear me? Yeah, hello. Fine. I'll come to you. Come on. Just... ...meine... ...I'm not gonna like this. ...werten Freunde. We'll first know what's going on here, but in the next episode. I thank you for watching. And it's been exciting. Until next time. Taralihilo. Bye. Bye. Taralihilo. 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 Taralihilo.